Ich möchte euch nun ein paar interessante Statistiken über die Verwendung des Wortes Ekklesia, Gemeinde, im Neuen Testament vorstellen. Ich beziehe mich dabei auf die englische King James Version. Die folgenden Zahlen spiegeln wieder, wie das Wort Gemeinde, sei es im Singular oder im Plural, im Neuen Testament verwendet wird. Meine Auflistung lautet folgendermaßen. Als erstes haben wir Gemeinde Singular in einer Stadt 35 Mal, Gemeinde Singular in einem Haus 4 Mal, Gemeinden Plural in einer Provinz 36 Mal, Gemeinde Weltweit etwa 20 Mal. Gemeinde an einem Ort aber nicht exakt definiert etwa 16 Mal, Gemeinden Plural in einer Stadt genau 0 Mal, Gemeinde Singular in einer Provinz genau 0 Mal. Unter Vollständigkeit halber, alttestamentliche Gemeinde in der Wüste 1 Mal, als Bezeichnung für die Gemeinde von Ephesus, wie wir in unserer ersten Lehreinheit sahen, 3 Mal. Das Interessante daran ist die Verwendung von Singular und Plural. Das Neue Testament spricht kein einziges Mal von den Gemeinden Plural in einer Stadt. An einem kleinen, konkret definierten Ort gibt es nie mehr als eine Gemeinde. Andererseits spricht das Neue Testament auch nie von einer Gemeinde Singular in einer Provinz. Mit anderen Worten, eine Gemeinde kann nie zu einer riesigen Organisation heranwachsen, die Menschen an vielen verschiedenen Orten mit einschließt. Ich möchte es so zusammenfassen. Es gibt nur zwei Örtlichkeiten, anhand derer sich eine Ortsgemeinde definiert. Daraus ziehe ich eine wichtige Schlussfolgerung. Nun ist es nicht in erster Linie entscheidend, ob wir unter Stadt eine separate Stadt verstehen oder ein ganzes Ballungszentrum, das im Grunde aus mehreren Städten besteht. Es geht auch nicht um die Größe der jeweiligen Stadt. Entscheidend ist vielmehr, dass es in der jeweiligen Örtlichkeit, für die der Begriff Ortsgemeinde gilt, nur eine Gemeinde gibt. Es kann an ein und demselben Ort nicht zwei Gemeinden geben, die sich überschneiden, geschweige denn, miteinander konkurrieren. Das ist eine ganz entscheidende Folgerung. Es ist absolut unbiblisch, von zwei Gemeinden zu sprechen, die sich überschneiden oder gemeinsam denselben Ort abdecken. Diese Möglichkeit wird nach den Gepflogenheiten des Neuen Testaments kategorisch und ausnahmslos ausgeschlossen. Das ist die entscheidende, praktische und revolutionäre Schlussfolgerung. Nehmen wir zum Beispiel die Stadt Fort Lauderdale in Florida. Vom menschlichen Standpunkt aus betrachtet, haben wir hier drei presbyterianische Gemeinden, fünf Baptistengemeinden, zehn katholische Gemeinden, vier Episkopalgemeinden und so weiter. Wenn Gott vom Himmel auf die Stadt herab sieht, sieht er nur eine Gemeinde. Die Gemeinde in Fort Lauderdale. Sie besteht nicht aus Baptisten, Episkopalen, Presbyterianern oder Katholiken. Die Gemeinde erfüllt nur eine Anforderung, nämlich eine bestimmte Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch, der in diesem Raum lebt, und diese Beziehung zu Jesus Christus hat, ist automatisch unweigerlich und ausnahmslos Mitglied der Gemeinde in Fort Lauderdale. Das sucht man sich nicht aus. Man hat keine Wahl. Es liegt nicht an dir, das zu entscheiden. Du musst nur über deine Beziehung zu Jesus Christus entscheiden. Gehen wir nun noch einen Schritt weiter und betrachten wir einige Einzelheiten, um ein vollständiges Bild zu bekommen. Kolosser 2, 18-19 ist eine wichtige Schriftstelle. Lasst euch von niemandem um euren Lohn betrügen, der willentlich Demut praktiziert und Engel anbetet. Das heißt, der euch mit irgendeiner törichten Sonderoffenbarung vom Wesentlichen abbringt, beispielsweise besonderen Formen des Sich-Demütigens, wie Vernachlässigung des Körpers, sich nicht mehr waschen oder zerlumpte Kleidung tragen. Diese Form des Sich-Demütigens ist ein Ausdruck des Willens, nicht des Geistes. Lasst euch auch von niemandem betrügen, der Engel anbetet oder irgendwelche anderen neuen Wesen oder der individuelle Sonderoffenbarungen hat. Weiter heißt es, der auf Dinge eingeht, die er in Visionen gesehen hat. Also auf Dinge, die auf irgendwelchen speziellen Visionen beruhen, die er gehabt hat und die besagen, man solle dies tun oder jenes. Lasst euch nicht von solchen Menschen mit großartigen Sonderoffenbarungen betrügen, die neue Dinge einführen, die unwichtig sind und die dich vom Zentrum des christlichen Glaubens, nämlich Jesus Christus, abbringen. Dann heißt es, so ein Mensch sei ohne Ursache aufgeblasen von dem Sinn seines Fleisches. Er ist fleischlich, auch wenn er vorgibt, übergeistlich zu sein. Im Grunde ist er sehr, sehr fleischlich. Doch er wird nur dann bei dir Erfolg haben, wenn du nicht, wie es heißt, das Haupt festhältst. Wenn du deine lebenswichtige Beziehung zum Haupt Jesus Christus verlierst, wirst du betrogen und in die Irre geführt. Das ist sehr, sehr wichtig. Deine Versicherung gegen Verführung und Irrtum ist die sorgsame Pflege deiner direkten, lebensnotwendigen, persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Solange du das tust, werden dich andere Leute nicht betrügen können. Menschen, die Irrtümern verfallen, die Betrug erliegen und auf Abwege geraten, sind Menschen, die diese primäre persönliche Beziehung zu Jesus nicht aufrechterhalten haben, die natürlich ihrerseits wiederum die Voraussetzung dafür ist, überhaupt in der Gemeinde zu sein. Die eben zitierte Passage spricht weiter von der Beziehung zwischen dem Haupt Jesus und dem Leib und sagt über das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt, genährt und zusammengefügt mit dem Wachstum Gottes wächst. Es ist wichtig zu sehen, dass das Wachstum des Leibes vom Leib selbst kommt. Dasselbe lesen wir in Epheser 4. Der Leib wächst nicht durch Zutun eines berühmten Predigers, sondern der Leib wächst aus sich selbst heraus. Wenn alle Glieder des Leibes richtig funktionieren, wächst der Leib ganz natürlich. Viele Menschen sind auf einen Prediger fixiert oder auf jemanden mit einer bestimmten Masche oder Methode oder einer neuen Offenbarung und sie erhoffen sich davon das Wachstum des Leibes. Doch der Leib wächst durch sein eigenes natürliches Wachstum weiter, wenn er richtig funktioniert. Beachtet auch, dass der Leib zwei Dinge bekommt. Er bekommt Nahrung durch diese richtige Beziehung zum Haupt und er wird in Einheit und Stärke und Kompaktheit zusammengefügt oder zusammengehalten. Zwei Dinge halten dieser Bibelstelle zufolge den Leib zusammen. Gelenke und Bänder, wie es heißt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt, genährt und zusammengefügt mit dem Wachstum Gottes wächst. Was ist mit Gelenken und Bändern gemeint? Nach dem Wissensstand der Zeit der Urgemeinde sind das primitive anatomische Grundbegriffe. Zwei Dinge halten den Körper zusammen, die Gelenke und die Bänder. Ohne näher auf Anatomie einzugehen, von der ich nicht viel verstehe, möchte ich euch auf die Entsprechungen von Gelenken und Bändern im geistlichen Leib der Gemeinde hinweisen. Ich verstehe es folgendermaßen, Gelenke sind persönliche Beziehungen, in erster Linie zu Christus und dann zu den Mitchristen. Bänder sind allgemeingültige Haltungen gegenüber Mitchristen, auch wenn wir in keiner direkten persönlichen Beziehung zu ihnen stehen. Anhand des menschlichen Körpers wird deutlich, wie außerordentlich wichtig die Gelenke sind. Ich war Sanitätssoldat in der britischen Armee. Ich habe damals nicht viel gelernt, doch ein paar Grundkenntnisse konnte mir mein Feldwebel einpauken. Ich lernte, dass der Arm aus drei Knochen besteht. Ein starker Knochen geht von der Schulter zum Ellbogen. Zwei Knochen gehen vom Ellbogen zum Handgelenk. Wenn jemand diese drei Knochen hat und sie gesund sind, kann er dennoch seinen Arm nicht gebrauchen, wenn das Ellbogengelenk nicht funktioniert. Wenn das Gelenk nicht funktioniert, nützen mir die Knochen gar nichts. Dasselbe gilt für die Gemeinde. Jedes einzelne Glied ist intakt und gesund, doch der Körper funktioniert nicht, weil die Beziehung zwischen diesen Knochen, zwischen diesen Gliedern nicht intakt ist. Genau das geschieht innerhalb der Gemeinde. Viele Glieder, die funktionieren könnten, funktionieren nicht, weil das Gelenk, das sie mit dem nächsten Glied verbindet, außer Betrieb ist. Ihre Beziehung zum nächsten Glied des Leibes ist nicht in Ordnung. Das lähmt den ganzen Leib. Die richtige Reihenfolge der Beziehungen lautet als erstes die direkte Beziehung zum Haupt, zweitens die korrekte Beziehung zu meinen Mitchristen und vor allem zu denen, die mir am nächsten stehen. Es ist leicht, jemanden aus einiger Entfernung zu lieben, doch wenn man die Leute näher kennenlernt, ist es oft nicht mehr so leicht, sie zu lieben. Wir hatten ein Beispiel hierfür in unserer Gemeinde in London. Dort war eine Dame, die wie ein Engel für die armen Afrikaner betete. Doch eines Tages besuchte uns ein farbiger Bruder aus Jamaika, nahm an der Gebetsstunde teil und kniete neben dieser Dame. Glaubt mir, das gefiel ihr gar nicht. Sie liebte die Schwarzen aus der Ferne, aber nicht direkt neben sich. Und zweifelsohne haben viele Christen in Amerika dieselben Probleme. Doch als erstes muss meine Beziehung zu der Person stimmen, die mir am nächsten steht. Soweit zu den Gelenken. Kommen wir nun zu den Bändern. Ein solches Band finden wir in Kolosser 3,14. Wo es heißt, zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Welches Band hält den gesamten reifen Leib in Einheit zusammen? Liebe. Ein anderes Band wird in Epheser 4 erwähnt und vieles in Epheser 4 stellt eine Parallele zu Kolosser 2 und 3 dar. Epheser 4,3 Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Die beiden großen Bänder, die beiden allgemeingültigen Grundhaltungen, die den Leib funktionstüchtig erhalten und zusammenbinden, sind die Haltung der Liebe und die Haltung des Friedens. So wie ich es verstehe, hängt die Einheit und Funktionsfähigkeit des Leibes demnach von zwei Dingen ab. Erstens, von unseren persönlichen Beziehungen zuerst zu Christus, dann zueinander und zweitens von unseren allgemeinen Grundhaltungen Liebe und Friede. Wie viele Protestanten verspüren Liebe zu und Frieden mit den Katholiken? Heute sind es viel mehr als früher, aber ich erinnere mich an eine Zeit, als ich in London auf der Straße den Predigern zuhörte. Die Protestanten machten die Katholiken nieder und die Katholiken die Protestanten. Sie hatten gar keine Zeit, irgendjemand anderen oder irgendetwas anderes zu verurteilen. Da fehlte es völlig an den allgemeinen Grundhaltungen Friede und Liebe. Gehen wir noch einen Schritt weiter. All diese Gelenke und Bänder sind unsichtbar. Man sieht sie nicht mit bloßem Auge und das ist meines Erachtens für viele Christen ein Problem. Ich möchte zur Verdeutlichung ein Beispiel aus dem Alten Testament heranziehen. Im Alten Testament machte das Volk Israel immer wieder denselben Fehler. Es ersetzte den unsichtbaren Gott durch irgendein sichtbares Abbild. Gott hat das strikt verboten und jedes Mal wenn Israel das tat kam es in Schwierigkeiten und es ereigneten sich Katastrophen. Dennoch steckt etwas im fleischlichen Menschen das das Unsichtbare sichtbar machen will. Man möchte etwas das man festhalten kann. Man möchte sagen können das ist mein Gott da ist er hier steht er ich gebe ihm dieses und jenes Etikett. Ich glaube nicht dass sich das nur auf das Alte Testament beschränkt. Ich persönlich denke dass im Neuen Testament das Problem ähnlich gelagert ist. Gott hat durch Jesus Christus und den Heiligen Geist einen Leib ins Leben gerufen der durch unsichtbare Gelenke und Bänder zusammengehalten wird. Doch in den vergangenen Jahrhunderten geschah es immer wieder dass Christen es nicht schafften sich mit dem Unsichtbaren zu begnügen und zu sagen das ist es. Es war immer wieder ihr Bestreben diese unsichtbaren Beziehungen und diese unsichtbaren geistlichen Strukturen durch sichtbare menschliche kategorisierte Organisationen und Strukturen zu ersetzen. Das ist eine offensichtliche Tatsache in der Kirchengeschichte. Ohne einer speziellen Gruppe etwas ankreiden zu wollen sondern nur um des konkreten Beispiels willen möchte ich kurz die Heilsarmee heranziehen. Wer zur Heilsarmee gehen möchte muss einer bestimmten Organisation beitreten eine Unterschrift leisten und bestimmte Dinge geloben dann bekommt man eine Position die einem militärischen Rang entspricht und trägt eine bestimmte nach außen sichtbare Uniform. Man müsste nun meinen großartig das schafft Einheit innerhalb der Heilsarmee doch das stimmt nicht denn innerhalb dieser Organisation gibt es wie in allen anderen auch alle möglichen Streitigkeiten Eifersüchteleien Vorwürfe und die Weigerung den Dienst oder die Autorität eines anderen anzuerkennen Ich sage das aus eigener Erfahrung weil ich schon Leute aus der Heilsarmee in der Seelsorge hatte die Befreiung brauchten In mehreren Fällen wurde deutlich dass das Grundproblem der Betroffenen eine abgrundtive Aversion gegen Oberst so und so oder General so und so oder Hauptmann so und so war Diese ganze äußerliche Struktur bestimmte Dinge geloben eine Uniform tragen die Trommel schlagen zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein diese ganze äußerliche Struktur vermochte nicht das Echte hervorzubringen das Eigentliche nämlich eine innere Einheit Liebe und intakte Beziehungen untereinander abgesehen davon konzentrieren sich die Leute oft so sehr auf die Äußerlichkeiten dass sie keinen Blick mehr dafür haben dass im Inneren etwas Entscheidendes fehlt und es ist etwas völlig Normales dass Christen in ein und derselben Gemeinde allesamt gute Christen sind an die richtige Lehre glauben ihren zehnten zahlen an den selben Gottesdiensten teilnehmen und doch einander leidenschaftlich hassen man 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 wie kann das sein wie können sie als Christen einander hassen und wenn ich hassen sage dann meine ich auch hassen und wie können sie nicht erkennen dass da etwas nicht stimmt die Antwort lautet sie sind von ihrem Götzen betrogen worden die sichtbare Struktur mit der sie das unsichtbare ersetzt haben macht ihnen etwas vor wie konnten sich Menschen im alten Bund nachdem Gott ihnen seine Allmacht so herrlich demonstriert hatte Götzen aus Holz schnitzen diese bei sich zu Hause aufstellen und dann sagen das ist mein Gott aber genau das haben sie getan ich las einmal von einem Mann aus Nord oder Süd Vietnam dessen Dorf angegriffen wurde ein paar amerikanische Soldaten sahen dass er aus seiner Hütte ein Stück Holz mitnahm er ließ seine Möbel seine Kleidung und sogar einige Mitglieder seiner Familie zurück doch dieses Stück Holz musste er unbedingt beschützen die Soldaten fragten ihn was ist das und er sagte das ist mein Gott ich rette ihn ist das nicht tragisch stellt euch vor wir hätten einen Gott den wir retten müssen doch Millionen Menschen in aller Welt sind genau so und Bob Mumford sagt gerne dass es sogar innerhalb der Gemeinde diese kleinen Verteidiger Gottes gibt doch Gott braucht keine Verteidigung die wahre Gemeinde braucht keine Verteidigung weshalb gehen Menschen in die Irre weil sie nicht erkennen dass alles was Christen eins und zu Gliedern des Leibes macht in erster Linie unsichtbar ist wichtig sind Fragen wie stimmt meine Beziehung zu Jesus Christus stimmt meine Beziehung zu meinen Mitchristen stimmt meine Beziehung zu meiner Frau zu meinen Kindern und zu meinen Eltern dort beginnt es ich betone das so nachdrücklich weil ich immer wieder mindestens einmal in der Woche mit Menschen zu tun habe die gravierende dämonische Probleme haben und Befreiung möchten die häufigste Ursache ist Groll ja in vielen Fällen sogar Hass auf den eigenen Mann auf die eigene Frau oder auf die Eltern und das sind keine Ausnahmefälle das ist immer das Erste wonach ich frage gestern erst kam eine Frau zu uns sie hatte gewaltige Probleme die Ursache Hass auf ihre Mutter anfangs war ich schockiert über diese Tatsache doch ich habe mich so daran gewöhnt dass ich es mittlerweile als objektive Tatsache konstatiere das merkwürdige ist jedoch nicht dass es so etwas überhaupt gibt sondern dass Menschen diese Probleme haben die sich für gute Christen halten weshalb sind sie so in die Irre gegangen weil sie das sichtbare an die Stelle des unsichtbaren gesetzt haben sie klammern sich an etwas fest das sie sehen können und erkennen dabei nicht dass ihnen das unsichtbare fehlt sie sind wie dieser Mann aus Südostasien der seinen Gott unter dem Arm trägt und nicht erkennt dass er für dieses Einheit über die Ortsgemeinde möchte ich euch noch einen Gedanken mitgeben was ist die Hauptaufgabe der Ortsgemeinde was ist ihr oberstes Ziel warum haben wir überhaupt eine Ortsgemeinde meine Antwort lautet um Gemeinschaft zu haben ich glaube den meisten Menschen würde diese Begründung nicht einmal im Traum einfallen dennoch bin ich zu dem Schluss gekommen dass das Neue Testament diesem Aspekt absoluten Vorrang gibt es ist das wichtigste der einzige allgemeingültige generelle Grund für die Existenz von Ortsgemeinden ist Gemeinschaft nicht um das Evangelium zu predigen nicht um Gemeindehäuser oder Krankenhäuser zu bauen oder Missionare auszusenden all das ist sekundär und all das resultiert aus der Gemeinschaft doch wenn wir keine Gemeinschaft haben werden wir auch nie die Resultate haben in der Form wie Gott sie haben möchte ich möchte euch das anhand des Neuen Testaments verdeutlichen schlagen wir 1. Korinther 1 9 auf hier steht Gott ist treu durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus unseres Herrn erinnert euch wir sagten die Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen die herausgerufen wurde das war der negative Aspekt herausgerufen aus der Welt aber wir sind auch in etwas hinein berufen nun wir sagten bereits der Treffpunkt der uns alle zusammen bringt ist der Name Jesus nachdem wir uns im Namen Jesu getroffen haben was tun wir dann ganz einfach gesagt haben wir zusammen Gemeinschaft mit Jesus Paulus formuliert es so durch den ihr berufen worden seid in und dieses in gibt das Ziel an den Zweck das Ziel der Zweck ist die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus unseres Herrn das griechische Wort für Gemeinschaft ist ein spezielles neutestamentliches Wort das zwar ursprünglich aus dem säkularen Sprachgebrauch stammte dann jedoch eine besondere Anwendung fand und die Wurzel dieses Wortes bedeutet etwas gemeinsam haben oder etwas miteinander teilen Ich halte deshalb die Übersetzung Jesus gemeinsam haben oder Jesus miteinander teilen für absolut zulässig Das ist das oberste Ziel und der Hauptzweck einer Ortsgemeinde Alles andere ist sekundär Betrachten wir eine ähnliche Aussage des Apostels Johannes in 1. Johannes 1 1-3 Was von Anfang an war was wir gehört was wir mit unseren Augen gesehen was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist Was wir gesehen und gehört haben verkündigen wir euch damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus Hier wird erklärt warum wir die neutestamentlichen Berichte von Jesus überhaupt haben Johannes Autor des Johannes Evangeliums und einer der direktesten Augen Zeugen sagt wir erzählen euch was wir gesehen haben und was wir gehört haben es war nicht weit weg es war nicht theoretisch wir haben ihn berührt wir haben ihn den Herrn Jesus Christus in Aktion gesehen das Wort des Lebens ist geoffenbart worden es wurde Fleisch es wohnte unter uns wir sahen es wir hörten es wir berührten es wir beobachteten es und wir erzählen euch davon warum Vers 3 gibt die Antwort warum haben wir die neutestamentlichen berichte von jesus warum wurde das neue testament überhaupt geschrieben was wir gesehen und gehört haben verkündigen wir auch euch damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt wir sollen auf diese weise Gemeinschaft mit den Aposteln haben und was ist diese Gemeinschaft die zweite Hälfte von Vers 3 sagt und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus was ist der Sinn des Evangeliums warum wurde das Neue Testament geschrieben um all jene die hören und glauben in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen dem Vater dem Sohn und allen die miteinander Gemeinschaft haben das ist das Ziel Gottes mit dem Evangelium noch zwei weitere Schriftstellen 2. Johannes 12 obwohl ich euch vieles zu schreiben habe wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun sondern ich hoffe zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden damit unsere Freude vollkommen sei 1. Johannes 1 4 und dies schreiben wir damit unsere Freude vollkommen sei wodurch wird die Freude vollkommen? Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht einander begegnen Gott begegnen Jesus begegnen und dem Volk Gottes begegnen das ist der Zweck zu dem Gott uns aus der Welt heraus und in die Gemeinde hineingerufen hat Gemeinschaft noch eine abschließende Bibelstelle Johannes 3 6 gibt folgendes Prinzip wieder was aus dem Fleisch geboren ist ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist ist Geist im Leben eines Christen gibt es zwei Arten von Geburt eine Geburt aus dem Fleisch die Fleisch hervorbringt und eine Geburt aus dem Geist die etwas Geistliches hervorbringt darin sehe ich folgendes Geheimnis nur in der Gemeinschaft findet eine geistliche Geburt statt deshalb ist die Gemeinschaft so überaus wichtig denn wenn wir nicht in dieser Gemeinschaft im Geist mit Jesus Christus als Mittelpunkt zusammenkommen ist alles was wir tun Fleisch und Fleisch bringt wiederum Fleisch hervor der Ort der geistlichen Geburt ist der Ort der Gemeinschaft aus dieser Gemeinschaft heraus werden die geistlichen Ziele Gottes geboren dann erst kommt das Zeugnis geben dann erst kommt das Predigen das Missionieren die Schulen die Krankenhäuser und alles andere diese Dinge sind sekundär und resultieren aus der Gemeinschaft sie werden durch den Geist aus der Gemeinschaft heraus geboren wenn wir keine Gemeinschaft haben bleiben uns lediglich Programme und Aktivitäten die doch nur Fleisch sind das aus Fleisch heraus geboren wurde was aus dem Fleisch geboren ist kann nie etwas anderes sein als Fleisch und geistliche Geburt findet nur in der Gemeinschaft statt dazu zwei zwei Verweisstellen aus der Apostelgeschichte Apostelgeschichte 2.1 und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war waren sie alle einmütig an einem Ort beisammen was geschah die Gemeinde entstand so wie wir es verstehen manche Leute streiten darüber wann die Gemeinde eigentlich entstand doch am Pfingsten wurde die Gemeinde effektiv ins Leben gerufen Apostelgeschichte 13.1-4 in der Gemeinde zu Antiochia gab es fünf Propheten und Lehrer und sie hatten Gemeinschaft miteinander sie dienten dem Herrn und fasteten dann sagte der Heilige Geist sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus zu dem ich sie berufen habe und sie sandten sie zur ersten offiziellen in der Schrift verzeichneten Missionsreise aus wo wurde diese Missionsreise gezeugt? in der Gemeinschaft dieser Leute die in Antiochia auf den Herrn warteten und ihm dienten das stimmt ich bin davon überzeugt geistliche Geburt findet in der Gemeinschaft statt keine Gemeinschaft keine geistliche Geburt du kannst aktiv sein du kannst überall Zeugnis geben und predigen und missionarisch tätig werden was du willst aber es gibt nichts Geistliches ohne vorher Gemeinschaft gehabt zu haben die Gemeinschaft ist der Ort der geistlichen Geburt wenn wir in der Gemeinschaft in den Namen Jesu Christi hinein und rund um die Person Jesus Christus zusammenkommen werden aus dieser Gemeinschaft heraus die wahren Absichten Gottes durch den Heiligen Geist geboren für den Heiligen Geist und der Gabz threat einer Unbelievable es gibt nichts wie er wie er Vielen Dank.